Meli, kurzer Stoff oder müsst ihr gleich weiter? Wir müssen gleich weiter, eigentlich ist es ein Lai. Ja, okay. Aber erstmal Glückwunsch zu Bronze. Meli, kannst du ja noch ein bisschen mit nebendran stehen. Wir können einen Road-Movie drehen, ich laufe einfach weiter. Ihr seid auf dem Weg zur Siegerehrung. Bronze gewonnen oder mehr verloren? Hinten raus leider ein bisschen, aber wir sind gar nicht traurig, weil Bronze, EM, erstes Mal, super. Wir haben gesagt, wir wollen gerne eine Medaille und jetzt haben wir eine Medaille her. Genau, wir freuen uns. Glückwunsch dafür. Meli, dein Einer. Nimmst du es mir böse, wenn ich sage, ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet? Nee, hätte ich ja auch. Was war los? Ich weiß nicht, wir müssen es nochmal genau analysieren, aber keine Ahnung. Wir müssen los für ein gutes Rennen, ich weiß nicht. Okay, gib jetzt die Siegerehrung. Ciao. Tschüssi.